Ich war jetzt gerade mit der Josy eine große Runde Gassi. Sie ist schon ein bisschen müde. Und ja, fahr jetzt gleich los zur Uni. Ich habe heute so eine Begrüßung, erste Begrüßung und bin mal gespannt, wie das wird. Auch generell auf dem Hochschulcampus und so. Deswegen mache ich mir gerade ein schnelles Frühstück. Es gibt einfach eine Scheibe Brot oder vielleicht auch zwei. Mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Und hier diese Creme von meinem Müsli. Das fokussiert gerade nicht jetzt. Ja, die ist richtig, richtig gut. Also ich finde die total lecker dafür, dass sie auch keinen Zucker hat und aus nur vier Zutaten besteht. Also die kann ich euch empfehlen. Es ist gerade übrigens halb acht. So gegen acht wollte ich ungefähr aufbrechen. Also ich bin zurück zu Hause. Es ging ja nur anderthalb Stunden heute. Da haben sich heute einfach die ganzen Leute mal vorgestellt. Also die Dekane, die Fachschaften, alle, die so dazugehören bei dem Studium. Ich fühle mich eigentlich ganz gut abgeholt jetzt und bin mal gespannt, wie es morgen wird. Da haben wir so ein Frühstück, aber nur innerhalb unseres Studiengangs. Und dann kann man nochmal genauer einordnen, wer jetzt eigentlich mit dir das Gleiche studiert. Ich habe die Josie ein bisschen beobachtet über die Furbur und sie hat die ganze Zeit geschlafen. Also richtig gut. Ich war letzte Woche in Hamburg und da habe ich Josie dieses Spielzeug hier mitgebracht. Das findet sie richtig toll. Das freut mich voll, weil mit Spielzeugen ist sie ein bisschen schwierig manchmal. Aber ja, das nimmt sie auch immer voll gern in ihr Körbchen. Hier liegen auch noch ein paar rum, die sie auch gut findet. Manchmal tue ich die auch weg, dass sie dann wieder interessanter werden, wenn ich sie wiederbringe. Das funktioniert bei ihr auch ganz gut. So, es ist zwei Stunden später. Ich habe jetzt gerade schon Mittag gegessen und mir hier noch einen kleinen Snack gemacht, den Josie natürlich auch sehr interessant findet. Es gibt einfach noch ein Marmeladenbrot mit Frischkäse natürlich auch, also vegan Frischkäse. Und ich schaue nebenbei Denver Clan die fünfte Staffel. Bin ich jetzt auch schon bei Folge 8, also es geht gut voran. Ja, und dann werde ich nachher noch ein bisschen arbeiten, dann mit Josie noch eine große Runde rausgehen. Aber ansonsten ist heute ein ganz entspannter Tag. Ich freue mich so, dass das Wetter auch so gut ist. Also generell die nächsten Tage ist nochmal richtig schön und auch relativ warm. Also so 20 Grad ungefähr. So, die Josie wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie gut sie das schon kann mit der Impulskontrolle. Josie, bleib. Ja, super. Na, 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 na. Seht's? So ist es fein. Bleib. Das Super hat sie jetzt als Auflösung gewertet, aber aufgelöst wird nur auf ok. Und sie bekommt jetzt von mir per Hand. Du Masi. Ja, fein. Gut gemacht. Was ich echt mega die Erleichterung jetzt in meiner neuen Wohnung finde. Ich habe endlich eine Spülmaschine. Ich finde es so cool. Ich habe jetzt ein Jahr lang ungefähr in meiner alten Wohnung mal per Hand abgespült. Und hier kann ich jetzt immer alles in die Spülmaschine packen. Also das ist schon sehr, sehr praktisch. Vor allem nimmt es auch im Alltag echt Zeit weg, wenn man mal per Hand spült. Und ja, dadurch kann ich mir jetzt ein bisschen Zeit sparen. So, guten Morgen ist es der nächste Tag. Also heute ist Mittwoch. Und ich habe mich jetzt schon fertig gemacht. Das ist mein Outfit heute. Ich muss sagen, es ist sehr sommerlich. Aber es ist heute auch echt warm. Also ich glaube, an die 19, 20 Grad. Von dem her ist es, glaube ich, nicht zu kalt. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich losfahren in so 10 Minuten. Und wir haben heute so ein Frühstück. Ich weiß nicht, wie ihr es schon erzählt habt. Das ist so innerhalb von meinem Studiengang. Also wir treffen uns da heute in irgendeinem Raum. Und ja, ich denke, das ist so zum Austausch und Kennenlernen. Und dass man eventuell auch mal schon ein, zwei Professoren kennenlernt. Genau. Das ist jetzt heute so der Plan. Das geht auch nur anderthalb Stunden. Und dann fahre ich wieder heim. Dann habe ich hier zu Hause heute Mittag noch was online. Und dann fahre ich heute Nachmittag aber nochmal weg. Und nehme da auch die Jusy mit. Da treffe ich mich nämlich mit einer Komponentin, die aber schon im zweiten Semester ist. Und die mir tatsächlich auch über Instagram geschrieben hat, dass sie an der gleichen Hochschule ist wie ich. Und ja, da treffen wir uns heute und gehen zum Spazieren. So, ich bin zurück von der nächsten Ersti-Veranstaltung. Wir hatten ja heute so ein Frühstück. Und ja, ich fand es eigentlich echt ganz nett. Es war auf jeden Fall cool, mal so die ganzen Leute aus einem Studiengang kennenzulernen. Ich war auch echt überrascht, wie wenig wir eigentlich sind. Also ich dachte, wir sind so 50 bis 100 Leute. Aber es sind tatsächlich nur so 30, 40, würde ich jetzt mal schätzen. Also ja, selber schaue ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal schauen, was ich jetzt zum Mittagessen machen kann. Ich stehe jetzt auch schon in meiner Küche. Ich habe übrigens jetzt auch hier die Hochschränke. Ich zeige euch das mal. Die waren in meinem letzten Vlog, beziehungsweise Umzugsvlog noch nicht zu sehen. Aber die haben wir jetzt noch angebracht. Ich habe hier einmal so Geschirrgläser untergebracht. Und hier ist eigentlich nur die Dunstabzugshaube und so anderes Zeug, was ich heute nirgendwo mehr unterbekommen habe. So, kleiner Mittagssnack. Ich habe mir jetzt kurz einen Poach gemacht mit so Karamell-Protein-Bröver. Das ist richtig lecker. Und nebenbei schaue ich gerade noch so eine Veranstaltung von meiner Uni zu den ganzen Online-Systemen. Das ist jetzt 13.10 Uhr. Also so in einer halben, dreiviertel Stunde gehe ich dann mit Josy los. Eine Runde spazieren. Da freut es sich bestimmt auch. Es ist jetzt schon einige Stunden später. Ich war jetzt heute Nachmittag noch unterwegs. Und hatte auch die Josy dabei. Ich habe ihr so ein bisschen meinen Hochschulstandort gezeigt. Und ja, jetzt mache ich mir gleich Abendessen. Ich komme gerade mit Vloggen irgendwie nicht so ganz hinterher. Also sorry, dass ich mich so selten melde. Ich hoffe, das wird ab morgen besser. Josy wird gerade auf sich aufmerksam machen, weil sie Hunger hat. Deswegen bekommt sie jetzt auch gleich erstmal was zu essen. Eigentlich sollte heute auch ein Fressnapf-Paket kommen mit ihrem neuen Futter. Weil, Josy, weil das jetzt leer ist. Schluss jetzt. Geh runter. Komm, warte runter. Und das kann man aber irgendwie nicht. Deswegen kriegt sie jetzt nass Futter ausnahmsweise. Sie verträgt es zum Glück gut mit so einer spontanen Futterumstellung. Ich hoffe dann einfach, dass das Futter morgen da ist. Okay. So, ich habe jetzt Pancakes gemacht. Da wollte ich mir heute mal die Zeit für nehmen. Und ich schaue noch ein YouTube-Video nebenbei. Habe dann in einer halben Stunde auch ein Meeting. Und danach fahre ich zur Uni. Aber jetzt wird erstmal in Ruhe gefrühstückt. Ich hatte jetzt gerade schon ein Meeting. Da ging es um so Zielgruppenstrategien. Die wollen wir so ein bisschen anpassen zu denen, die wir vorher hatten. Ich werde mich auf jeden Fall heute Abend nochmal dran setzen und das Ganze ein bisschen ausarbeiten. Und ansonsten fahre ich jetzt gleich los zur Uni. Ich habe heute zwei Vorlesungen. Heute ist auch so der erste richtige Tag mit Programmen. Die letzten zwei Tage war ja eher so ein bisschen Spaßprogramm. Und ja, heute geht es jetzt richtig los. Ich habe heute erst Mediengestaltung, eine Vorlesung. Und danach Entwicklung. Das ist aber so ein Praktikum, also irgendwas Praktisches. Ich bin wieder zurück zu Hause. Die Vorlesungen für heute sind rum. Ich muss halt auch sonst nichts mehr für die Uni machen, also es ist noch keine erste Veranstaltung mehr oder so. Ja, deswegen kann ich heute noch ein bisschen arbeiten. War auch gerade schon einkaufen, damit das auch erledigt ist. Dann muss ich das am Wochenende nicht machen, wenn dann mega viel los ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so froh, wie gut schon sie das alles mitmacht. Ich habe zwar nicht gedacht, dass es Probleme gibt, aber ich bin trotzdem erleichtert, dass das so unkompliziert mit ihr funktioniert. Dass sie hier entspannt alleine bleibt und sich hier die Zeit vertreibt, meistens eigentlich schläft. Ich beobachte sie ein bisschen über die Furbe manchmal, was ganz witzig ist, gerade auch, weil ich hier Leckerlis zuwerfen kann. Ja, aber da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass es so gut klappt. Während ich heute weg war, kamen dann auch noch zwei Pakete an. Einmal von Depot, das bisschen Deko für meine Wohnung und hier Pressnapf. Habe ich euch ja gestern schon erzählt, dass da das neue Futter für Josy drin ist. Ich habe vor allem beim Einkaufen noch so ein Eis mitgenommen. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Magnum, das vegane. Und das finde ich richtig lecker, deswegen bin ich gespannt, ob das hier mithalten kann. Ich habe mir schon eins rausgeholt. Das ist jetzt hier, glaube ich, das mit Mandeln. Okay, also ich finde es echt gut, aber es kommt für mich nicht an dieses Eis von Magnum ran, das Eis am Stielen. Also wenn ihr mal gutes, veganes Eis probieren wollt, dann probiert es auf jeden Fall. Aber ich finde, Rewe kann mithalten und man kann es auf jeden Fall essen. Also schon lecker. Guten Morgen, es ist jetzt schon Freitag und ja, ich habe gerade schon wieder ein Meeting gehabt. Irgendwie habe ich diese Woche relativ viele Meetings. Also wir müssen diese Woche echt einiges klären, weil wir jetzt so ins letzte Quartal starten. Das war auch gerade schon ein Techniker da von der Telekom, wegen meinem WLAN. Das war jetzt echt ein richtiges Hin und Her die letzten Monate, das zu organisieren, dass da jemand kommt. Ich hatte zwischendurch jetzt mal so Übergangslösungen, wo ich halt immer anrufen musste und das Datenvolumen auffüllen musste. Und das war wirklich jetzt schon echt nervig. Ich habe das jetzt bestimmt vier Wochen gemacht. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so, wie es gerade funktioniert. Ich habe heute auch nur Nachmittags-Uni, also um 15.15 Uhr ungefähr fahre ich los. Und dann habe ich heute ein Praktikum in Mediengestaltung. Da, wo ich gestern die Vorlesung hatte, ist dann heute quasi der praktische Teil. Die Josie bekommt jetzt noch einen kleinen Snack, nämlich so eine Hirschzähne hier von Belfort. Ja, damit hat es dann auch immer gut eine Wade zu tun. Na, noch nicht. Sitze denn? Super. Okay. Na, Josie, komm ins Schlafzimmer. Komm, komm. Achtung, Kabel. Ja, und da lasse ich sie jetzt hier allein. Natürlich bin ich trotzdem noch da, damit ich sie beaufsichtigen kann, falls sie sich verschluckt oder so. Ich bin jetzt im Auto, mache mich jetzt auf den Weg. Ich arbeite jetzt heute Nachmittags noch ein Praktikum in Mediengestaltung und bin mal sehr gespannt auf den Prof und generell, was wir da so machen. Weil mit Adobe arbeiten wir anscheinend nicht, habe ich gestern schon erfahren. Wenn ich später wiederkomme, dann will ich auf jeden Fall nochmal mit Josie raus. Ich habe richtig Lust, heute mit ihr nochmal ein bisschen zu trainieren. Wir haben ja auch so eine Grünfläche in der Nähe. Das ist so ein bisschen wie so ein Sportplatz. Und da kann ich richtig gut mit ihr üben, weil da kommen auch nicht viele Autos. Meine erste Uni-Woche ist jetzt soweit rum. Ich hatte jetzt gerade eben noch das Praktikum. Das war echt ganz interessant. Also wir machen letztendlich einfach nur kreatives Zeichnen. Und auch nicht digital oder so, sondern wirklich auf Papier. Ich hatte halt wirklich auch nichts dabei, was irgendwie analog war. Also weder ein Blatt noch ein Stift. Aber ich habe es mir einfach meiner Sitznachbarin ausgeliehen. Ja, aber ich bin mal gespannt, was ich aus dem Kurs so mitnehmen kann. Der Prof ist eigentlich echt ganz cool. Und ich glaube, der hat auch gute kreative Ansätze, gerade im Bereich Gestaltung. Ich finde die Woche war generell noch relativ entspannt. Ich glaube, es wird ab nächster Woche anders. Aber ich bin auch schon darauf eingestellt, dass ich da nächste Woche ein bisschen mehr Zeit rein investieren muss. Genau.